Hallo! Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir zu diesem wunderschönen Wetter heute. Passt perfekt die Roomtour von Anastasias Kinderzimmer. Ich habe seit dem letzten Video von ihrem Kinderzimmer nochmal ganz viel umgeräumt. Und jetzt ist wirklich alles so, dass ich das gut finde. Und dass es auch für sie angenehm ist, alles zu bespielen. Ich zeige dir jetzt einmal alles. Ich freue mich riesig, dass dieses Zimmer jetzt endlich fertig ist. Und wir stehen auch schon direkt an der Tür. Hier kommen wir rein. Hier ist noch ihr Babygitter. Das werden wir wegnehmen, weil das brauchen wir gar nicht. Also eigentlich ist das immer offen und dafür stört es einfach viel zu sehr, dass das hier irgendwie im Weg ist. Neben der Tür ist ja dann erstmal dieser Einbauschrank hier. Das ist übrigens der Kaminschacht. Das heißt, dieses Zimmer ist immer sehr schön warm. Vor allen Dingen natürlich, wenn unten Kamin an ist. Und hier habe ich eigentlich noch nichts drin. Es soll irgendwann mal ihr kleiner Schrank werden. Aber aktuell hat sie ihre Kleider einfach noch in ihrem Wickeltisch. Und der steht ja drüben im Männerbad. Deswegen ist es hier noch ziemlich leer dran. Ich wollte hier aber auf jeden Fall auch Spielzeug reintun. Hier haben wir zum Beispiel so ein paar Puzzle dran. Das spiele ich mit ihr zusammen. Deswegen habe ich das einmal rausgenommen. Dann so ein paar Kleiderbügel schon, falls es dann irgendwann mal losgeht. Der Riesentunnel, den ich nicht in dem Kinderzimmer haben will, weil der mir jetzt so riesig ist. Aber ab und zu holen wir den natürlich raus und dann kann sie damit spielen. Dann, wenn man von der Tür dahin guckt, dann ist da jetzt ihre Turnecke. Ja, da habe ich lange überlegt, wo die hinkommt. Die hatte ich ja dann erstmal verschoben bis nach da ganz hinten. Und dann habe ich gedacht, nein, das ist doch der richtige Platz dafür. Weil sie einfach super gerne turnt. Und das wird auch einfach ein bisschen präsenter sein. Also direkt hier hat sie ihr Pickler-Dreieck mit Rutsche. Beziehungsweise ist es nicht nur Rutsche, sondern wenn ich das hier umdrehe, dann ist es so eine Treppe, wo sie dann eben diese Streben hat und dann auch hochlaufen kann. Das kann ich umdrehen, so wie ich möchte. Auf beiden Seiten hat sie auf jeden Fall genug Halt. Sie mag lieber die Rutsche. Am Anfang war das auch ein bisschen tiefer, gerade wenn die Babys noch klein sind. Dann hat man das hier so unten hin und auf Stufe 3. Und sie ist halt mittlerweile schon auf Stufe 4. So hat sie dann auch wirklich einen guten Slide nach unten. Diese Matte, auf der ich stehe, die hatte ich dir auch schon gezeigt. Die finde ich toll, so für diese Tonecke hier. Ansonsten haben wir das alles parkett gelassen. Bzw. ein kleines Teppich haben wir hier noch. Der ist eigentlich nur zu Zierde da. Also eigentlich braucht sie in ihrem Zimmer gar keinen Teppich. Aber das ist trotzdem so ein bisschen Gemütlichkeitsfaktor auch. Pickler-Dreieck bin ich im Nachhinein fast schon ein bisschen traurig, dass ich das erst bei Kind Nummer 4 geholt habe. Ich hätte natürlich viel früher was davon gehabt, wenn alle vier Kinder damit gespielt hätten. Deswegen hier nochmal große Empfehlung für so einen Teil. Davon gibt es ja ganz viele verschiedene Höhen auch, verschiedene Hersteller. Schau da einfach, eigentlich sind die vom Prinzip aber alle gleich. Genauso wie hier dieser Bogen. Die kann man nämlich so drehen. Da legt sie sich auch super gerne rein und dann wippt sie da drin, kuschelt. Oder ja, ruht sich einfach aus. Auch mit ihren Geschwistern macht sie das super gerne. Oder den kann man auch einfach umdrehen. Und sie kann darüber zum Beispiel krabbeln. Also für die erste Zeit, wo die noch ganz klein sind, sogar auf jeden Fall noch besser als das Kippler-Dreieck. Das ist nicht so hoch und dann können sie ganz toll drüber krabbeln. Und das macht denen auch ganz viel Spaß. Und dann lege ich das hier einfach so darunter. Das mache ich zum Beispiel auch ganz oft, dass ich das immer mal wieder umdrehe. Dass sie dann auch immer wieder was anderes zum Spielen hat. Entweder die Wippe oder eben so zum rüberkrabbeln. Aber dafür braucht man natürlich viel Platz. Also vorher hatten wir die beiden Dinger im Wohnzimmer. Und das nimmt schon echt viel Platz weg. Wenn es bespielt wird, ist es okay. Wenn es nicht bespielt wird, dann steht es halt auch nur rum. Das große Fenster kann ich auch nochmal zeigen. Ist ja auch immer noch eine kleine Haustour. Wir sind ja gerade erst umgezogen. Und hier kommt ganz, ganz viel Licht rein. Hier geht es weiter mit einem Sack voller alles. Ich glaube, das kennen alle Mammis. Alle haben irgendwie so einen Sack, wo sie einfach alles reinschmeißen. Gerade so beim Aufräumen ist das super praktisch. Anastasia hat jetzt sehr, sehr viele Kuscheltiere, weil sie einfach Kuscheltiere liebt. Sie liebt alles, was kuschelig ist. Aber es hat ja auch andere Sachen drin. Autos, so ein kleines Spielzeug-Handy und so eine Katze. Die fand sie auch ganz toll. Die macht nämlich auch Geräusche. Also alles Glückliche ist hier drin. Einfach auch gut verstaut. Wenn es heißt Aufräumen, dann hilft sie auch mit. Dann trägt sie alle Sachen einfach da rein. Dann weiß sie Bescheid. So, dieses kleine Puppenhäuschen ist ganz süß. Das gab es bei Ikea. Das hatte ich mitgenommen. Eigentlich kann man das auch ganz gut als Bücherschrank benutzen, wenn man das aufhängt. Ich wollte das jetzt eigentlich als Puppenhäuschen haben. Da habe ich auch so ein paar Sachen besorgt. So ein Bettchen, dann hier Kleiderschrank, Tisch, Stuhl. Also aktuell spielt sie noch gar nicht damit. Vielleicht fehlt da auch eine Puppe in der passenden Größe oder es ist noch nicht ihr Alter. Vielleicht kommt das ja noch, dass sie damit mehr spielt. Wo sie auf jeden Fall sehr viel mehr Zeit verbringt, ist dieser Schrank hier. Vielleicht erinnerst du dich, der stand ja erstmal so aufrecht. Und jetzt habe ich ihn gekippt. Jetzt steht er so. Und das ist die perfekte Höhe für Kleinkinder. Hier habe ich jetzt unten ihre Bücher. Sie liebt es, Bücher zu lesen. Da kann ich ihr gleich mal ihre Lieblingsbücher zeigen. Dann habe ich hier ihren Regenbogen, womit sie leider gar nicht spielt. Ja, ich bin ja auf meinem Montessori-Trip, das weißt du ja. Und das ist so ein typisches Montessori-Ding. Eigentlich heißt es, man kann damit ganz viele tolle Sachen machen. Also, umbauen und das und das und was, weiß ich nicht alles. Aber eigentlich nimmt es sich nur auseinander und dann liegt es verteilt hier rum. Und deswegen ist es aktuell nur Deko. Vielleicht kommt das auch noch. Es gibt aber auch Kinder, die einfach nicht damit spielen. Kann auch sein. Dann habe ich hier ein Tablett. Da habe ich so ein paar ihrer Schleichtiere drauf. Sind nicht alle drauf. Manche sind auch verschwunden oder bei ihren großen Geschwistern irgendwo gelandet. Die tauschen sich ja doch viel aus. Und dann spielen sie einfach alle zusammen damit. Das ist auch so ein Montessori-Spiel. Das ist so ein Käse und dann kann sie darin fädeln. Also Fädelspiele sind ja allgemein immer ganz toll. Das hier ist übrigens eine kleine Maus. Aber ihr fehlen auch schon Augen, Ohren und alles. Ganz viel Montessori-Spielzeug habe ich übrigens unten im Wohnzimmer. Weil wir da nach wie vor noch am meisten Zeit verbringen. Aber sie liebt ihr Zimmer über alles und verbringt auch mittlerweile gerne Zeit hier. Hier ist ihr Bohnenbad. Also das habe ich nur exemplarisch hier. Normalerweise ist das in ihrem Schrank da drin. Sonst verteilt sie das, hält mich hier überall. Aber ich wollte das einfach auch nochmal zeigen als Inspiration für andere Mamis. Und dann spielt sie ja damit, indem sie das Löffelchen nimmt und die Bohnen da rein tut. Oder eben auch die Aschenpudel. Sortiert da dann die roten rein und da zum Beispiel die weißen. Das macht immer ganz viel Spaß. Oder einfach so rumkippen und so. Das ist so das Alter, was das sehr, sehr gerne mag. Hier haben wir ihre Musikbox. Die ist schon super alt. Die ist noch von Clara, Elisa. Und das sind ihre Figuren. Nicht alle. Hier sind noch mehr. Aber es sind auch viele dabei, die nicht für ihr Alter sind. Sie hört aber sowieso am liebsten die, wo eben einfach nur Musik gespielt wird. Zum Beispiel hier ganz viele Party, Happy Birthday Songs. Der Hund macht ja auch irgendwie Musik. Genau. Sowas macht sie dann eben da drauf. Und das findet sie ganz toll, dass dann da Musik kommt, wenn sie ihre Figuren da drauf tut. Dann haben wir hier ihren Bücherschrank mit ganz vielen Büchern. Ganz viele sind auch schon kaputt. Auch schon sehr alte dabei. Auch noch von Elisa und Johann, Clara. Das hier mag sie sehr gerne. Das kann ich dir einmal zeigen. Das ist so eins, wo sie diese Sachen üben kann. Zum Beispiel Reißverschluss aufzumachen. Oder hier solche Knöpfe. Das hatte ich ja eigentlich auch gekauft fürs Auto. Mittlerweile macht sie das aber schon so flott und schnell, dass sie das eigentlich nicht mehr so richtig zur Beschäftigung hat. Das hier ist das Schwerste. Das kriegt sie auch nach wie vor nicht gut auf. Und ich muss ehrlich sagen, ich kriege das auch gar nicht auf. Also der Verstoß ist wirklich heftig. Und als Belohnung gibt es manchmal hier drin zum Beispiel so ein Naschi. Das ist ganz süß, wenn sie dann versucht, das ganze Buch aufzumachen. Welches Buch sie auch über alles liebt, ist das hier. Das ist so dieses typische erste Bilder, erste Wörter. Also damit lernen die Kinder super schnell viele Wörter. Das kann ich allen empfehlen. Das gibt es auch in einer kleineren Version. Die haben wir auch. Aber ihr allerliebstes Lieblingsbuch ist da hinten in der Ecke. Das zeige ich dir gleich. Jetzt machen wir nämlich erstmal weiter. Mit dieser Ecke hier. Jetzt wird es so ein bisschen holzig und bunt. Und zwar haben wir hier einmal diese Truhe. Da sind alle ihre Sachen für ihre Puppen drin. Sie ist ja auch eine Puppen-Mami. Sie liebt es, ihre Puppen mitzunehmen, zu pflegen, anzuziehen, auszuziehen und alles. Und deswegen hat sie hier alles drin. Auch vom Bettchen, Anziehsachen, Decken etc. Puppen hat sie auch einige. Das ist jetzt zum Beispiel eine. Aber es gibt auch viele andere, die sie sehr viel lieber mag. Diesen Buggy finde ich auch ganz gut. Schiebt sie auch hin und her. Das ist auch so ein Tier. Den kennst du bestimmt. Das ist 1 zu 1 mit Luft drin. Der hat jetzt nur einen Anzug an. Deswegen sieht er ein bisschen anders aus. Aber den haben wir auch schon ewig lang. Ich glaube auch von Johann noch damals. Hier hinten haben wir nur noch so ein Auto. Auch für die Püppi. Dann haben wir noch so einen Ball. Damit spielen sie aber nicht so viel. Und so eine Schiebeente. Da ist er eigentlich auch schon fast raus aus dem Alter. Dann kommen wir jetzt zu diesem Schmuckstück hier. Ich habe lange überlegt. Justus meinte, nein, das kaufen wir nicht. Weil das auch so ein Riesenteil ist. Aber ich wollte es unbedingt haben für Anastasia. Gibt es auch in weiß. Aber ich wollte es unbedingt haben in diesem wunderschönen warmen Holzton. Ich finde, das macht alles sehr viel wärmer. Da habe ich jetzt diese bunten Tücher dran gemacht. Kann man natürlich auch wegmachen. Dieses Ding ist einfach so multifunktional. Damit können die Kinder so viele Fantasien spielen lassen. Egal, ob sie es als Puppentheater zum Beispiel benutzen. Oder als Kaufmannsladen. Können sie sich das da schön schmücken. Oder eben als Höhle, als kleines Haus. Irgendwas für ihre Puppen. Das macht Anastasia auch super gerne. Dass sie ihre Puppen hier drin schlafen legt. Also ich glaube, das ist so ein Ding, was noch ganz, ganz lange bespielt wird. Egal, wofür auch immer. Mit Kaufmannsladen kommt ja sowieso immer sehr gut an. Dann haben wir hier das. Das habe ich hier ganz am Anfang, da war sie noch ganz klein eigentlich machen lassen. Das ist auch ihr Name. Das tatsächlich fehlt leider schon ein Teil. Das ist eigentlich so eine Tür. Fällt mir gerade nicht ein, wie das heißt. Vielleicht fällt es jemand ein und kann das in die Kommentare schreiben. In dem Fall gibt es hier ganz viele Sachen, die sie machen kann. Guck mal, ich schaffe das. Reißverschluss, Uhrzeit, Zahlen. Hier gibt es noch einen Schuh, den man binden kann. Knöpfe, die man auf und zu machen kann. Schnallen. Hier ist Fuhmanns. Schalter. Ach, ein Motorikbord heißt das, glaube ich. Motorikbord, genau. Das finde ich ganz gut. Also damit spießt sie auch ab und zu. Ist jetzt nicht so, als würde sie sich die ganze Sache mal damit beschäftigen. Aber ab und zu nimmt sie sich das immer noch und beschäftigt sich einfach damit. Dann hat sie hier diese Kugelbahn mit verschiedensten Kugeln haben wir da drauf. Mittlerweile auch so ein Flummi. Passt auch von der Größe, ne? Ist ja auch ganz gut, dass sie mal lernen, was passiert, wenn so ein schwerer Ball zum Beispiel da ist. Anstatt so ein leichter Ball. Der rollt nämlich ein bisschen schneller. Ansonsten haben wir auch Kugeln nachgekauft. Das sind zum Beispiel diese Haberkugeln. Die passen auch perfekt hier auf die Kugelbahn. So mal als Tipp, falls du noch welche brauchst. Dann kommen wir jetzt zu meiner persönlichen Lieblingsecke schon fast. Das Spielsofa. Das hatte ich dir letztes Mal auch schon gezeigt. Jetzt ist es wirklich so aufgebaut wie so ein Sofa. Ansonsten kann man es ja immer bauen, wie man möchte. Dann können sie drauf klettern und turnen und springen. Aber so steht es eben da, wenn ich reinkomme und mich einfach da hinsetze. Und dann Astasia holt mir ein Buch oder macht da Musik für uns. Und dann sitze ich hier super gerne und schaue ihr dabei zu. Anstatt auf dem Boden zu sitzen, weil das habe ich früher immer gemacht bei meinen Kindern im Kinderzimmer. Diese Bilder hier kennst du bestimmt auch noch. Die waren ja von einer lieben Zuschauerin gemalt. So krass. Ich weiß nicht, wie lange sie uns schon verfolgt. Die Bilder sind auf jeden Fall von 2018. Ich habe das letztes Mal noch in der Insta-Story gezeigt. Und sie hat einfach mir direkt geantwortet und gesagt, ja, das sind auch meine Bilder. Also sie folgt uns tatsächlich. Aber noch ganz lieben Grüß an dich. Wunderschöne Bilder. Eins davon fehlt hier, glaube ich. Das ist die Maus. Die wollten mir woanders hinhängen. Aber ich finde das einfach so hübsch gemalt. Mit so viel Liebe. Richtig schön. Und ich finde, das passt immer perfekt ins Kinderzimmer. Hatte auch schon Clara in ihrem Kinderzimmer. Und jetzt ist es einfach bei Anastasia. Also es wird auf jeden Fall weiter vererbt. Und so sitze ich dann hier immer. Und dann holt Anastasia meistens dieses Buch. Das ist nämlich aktuell ihr allerliebstes Lieblingsbuch. Und damit habe ich ihr wirklich nicht gerechnet. Denn dieses Buch haben wir schon ewig lange. Das hatte Johann damals mal geschenkt bekommen. Und es hat ihn nicht interessiert. Dann kam Clara. Es hat sie nicht interessiert. Dann kam Elisa. Es hat sie nicht interessiert. Und ich war schon so. Verschenken wir es jetzt einfach. Weil das ist ja auch so ein Riesending. Weißt du? Wo soll man das hinstellen? Und dann kommt Anastasia. Und sie liebt es. Und sie ist so ein Kind. Womit ich niemals gerechnet hätte. Ich dachte immer mit drei Kindern hätte ich schon alles gesehen. Hätte ich schon alles mitgemacht. Aber dann kommt sie und macht so vieles ganz anders als meine anderen drei Kinder. Unter anderem eben auch dieses Buch zu lieben. Vielleicht kennst du ja solche Arten von Büchern. Das ist so ein XXL Wimmel Buch. Ein Suchbuch. Also da gibt es einfach so viel drauf zu entdecken. Sie sitzt da mit mir hier. Und wir verbringen wirklich Minuten. Viele, viele Minuten damit. Dass sie einfach schaut. Was ist da? Und dann fragt sie mich immer. Na die Küken. Und was machen sie? Und ich erzähle ihr das immer. Und sie findet das so schön. Also es geht gar nicht darum, dass man hier irgendwie diese Figuren wiederfindet im Buch. Weil das ist glaube ich eigentlich der Sinn. Sondern hier geht es einfach darum, das alles sich anzugucken. Zu entdecken. Was ich so ein bisschen schwierig finde. Das sind wirklich sehr alte Bücher. Das sind so so manche Sachen. Die kenne ich auch nicht mal. Und sind einfach, ja wie soll man sagen, ein bisschen veraltet. Aber es ist trotzdem süß. Also jetzt hier zum Beispiel im Zoo gibt es ganz viel zu entdecken. Das Buch ist zu groß für den Bücherschrank da hinten. Deswegen kommt es hier in die Ecke. Immer bereit für sie, wenn sie das wieder lesen möchte. Da sind auch noch so ein paar Sachen, die sie gerne spielt. Das ist eigentlich Adventskalender. Die hatte ich dir auch glaube ich gezeigt schon. Und zwar hatten wir letztes Jahr den Adventskalender zum Streicheln. Also Tiere drauf. Und dieses Jahr hatten wir den Adventskalender mit Geräuschen. Auch nachdem der Adventskalender eigentlich vorbei ist, spielt sie immer noch gerne damit. Warum auch nicht. Da sind immer noch die Tiergeräusche drauf und dann drückt sie drauf und freut sich daran. Leider auch schon ein bisschen kaputt. So ist das bei kleinen Kindern. Die knibbeln gerne damit. Aber trotzdem funktioniert es ja noch sehr gut. Das Schaukelpferdchen ist auch schon uralt. Ist auch von Johann damals. Da fehlt auch schon hier der Schwanz hinten. Aber wird auch noch gut bespielt. Und natürlich das Schönste hier im Zimmer ist ihr Bett. Das Hausbett. Ich bin so froh, dass wir uns dafür entschieden haben. Es gibt so viele Hausbetten. Die haben einfach hier noch eine Stange. Und das Bett nicht. Und damit ist es viel einfacher für uns Erwachsene einfach rein und raus, ohne sich den Kopf zu stoßen. Wir haben eine super, super schöne Abendroutine entwickelt, wo dieses Bett auch die Hauptrolle drin spielt. Oder ja, für uns das Haus quasi ist. Es ist so gemütlich in diesem Bett. Und jedes Mal bin ich fast hier angeschlafen. Es ist wirklich gemütlich. Also die Matratze. Achso, weil das viele gefragt haben, zeige ich dir das nochmal kurz. Und zwar ist das eine Matratze, die nicht auf dem Boden liegt, sondern mit einem Lattenrost noch bestückt ist. Das Teil liegt auch nicht am Boden, sondern ist im Bett. Das sind zwar nur ein paar Zentimeter, aber immerhin, weil das war uns wichtig. Wir würden auch nie wieder eine Matratze direkt auf dem Boden machen. Das funktioniert nicht lange gut. Dann fängt es ja an, unten zu schimmeln. Und das wird hier nicht passieren. Das war mir super wichtig. Trotzdem war es mir auch sehr wichtig, dass das Bett ebenerdig ist. Zumindest fast so, dass Anastasia nicht groß über etwas steigen muss, um in ihr Hausbett zu kommen. Sondern, dass es ja auch fast eine Ebene ist. Und das ist ein Traum. Ein wirklich, wirklich schönes Bett. Ich bin sehr zufrieden damit. Manche haben ja nicht geglaubt, dass ich aus dieser riesigen Halle hier was Schönes zaubern könnte. Und ich habe auch am Anfang so gedacht, wie kriegst du das hin, dass dieses riesige Zimmer trotzdem einladend ist, gemütlich ist. Und viel Freude bietet so einem kleinen Kind. Und ich habe es geschafft. Anastasia fühlt sich hier wohl. Wir fühlen uns hier wohl, wenn wir mit ihr hier Zeit verbringen. Es ist ein wunderschönes Zimmer geworden, wo ich auch gerne meine Kindheit drin verbracht hätte. Ja, ich hoffe, es hat dir gefallen. Die Roomtour Nummero zwei aus diesem Haus. Nämlich in Anastasias Kinderzimmer. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.